Für eine Kanne guten Kaffee braucht man Kaffeepulver, heißes Wasser und eine Kanne. Und wenn es die richtige Kanne ist, dann braucht es nicht mal einen Menschen dazu, um den Kaffee zu kochen. Damit kommen wir zu einem neuen Wie-Bitte-Werbespott. Wie immer hier zunächst das Original. Kaffeemaschinen von Bodum begeistern alle, die frischen Kaffeemögen. Ein paar malen Kaffee, heißes Wasser dazu, äh, andere Hand, kurz warten und runterdrücken. Die Kaffeemaschine von Bodum, der frische Weg zum richtig guten Kaffee. Bodum, jetzt in jedem Fachgeschäft. So weit das Original. Und jetzt, ähm, nein, nicht die Fälschung. Denn in diesem Falle ist unsere Fälschung das unverfälschte Original. Kaffeemaschinen von Bodum begeistern alle, die frischen Kaffeemögen. Das war's. Zwei, und unterdrücken. Der wird eine andere Hand. Einmal, mal einen Kaffee. Der wird eine andere Hand. 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 Vielen Dank.